Keine Zeit! Keine Zeit! Keine Zeit! Oh mein Gott! Wer bist du? Elisabeth Lassenfinner, Sir. Gut, und schön, aber jetzt machen, dass du wieder verschwindest. Und dass du wieder verschwindest. Nein, vorher! Wo kommst du her? Und wo gehst du hin? Sieh mich an. Sprich deutlich. Und spiel dich dauernd mit deinen Fingern. Ja, knickst du während du überlegst, was du sagen willst. Es war Zeit. Jetzt ist es Zeit für dich zu antworten. Ich mach den Mund weiter, auch wenn du sprichst, und sage jedes Mal, Majestät. Ich... ich wollte mir nur das Schachfeld an, Sieg Eure Majestät. Was für ein gewaltiges großes Schachspiel jedoch spielt. Über die ganze Welt. Ja, wenn das die Welt ist. Ach, ich wünschte, dass ich mitspielen könnte. Ich würde mir nichts daraus machen, eine Bauernfigur zu sein. Hauptsache, ich könnte mitspielen. Obwohl, ich natürlich viel lieber eine Königin wäre. Das würde sich leicht machen. Du bist die weiße Königin. Äh, treuer sein. Du spielst mit Feld zu Feld. Und wenn wir ins Achtel gelangen, werden wir zusammen Königin sein. Aber du sagst ja gar nichts. Ich? Ich wusste nicht, dass ich etwas sagen sollte, gerade jetzt. Nehmen wir an, dass es gesagt worden ist. Oh, und was gesagt hat das denn? Warte, du stellst aber wirklich schrecklich einfache Fragen, ne? Ich glaube, ich werde die beiden mal nach dem Weg fragen. Entschuldigt bitte. Könntet ihr mir vielleicht sagen, welchen Weg ich einschlagen soll? Also es wird bald dunkel und ich wollte dazu noch ihr den Flächschen Richtung Weg auf die Beute hochzeigen können? Nie und nimmer! Du hast falsch angefahren. Das erste Mal im Besuch ist, wie gehen zu sagen. Und dann die Hand zu geben. Gibt's hier irgendwo, äh, irgendwo ohne Tiger? Das ist nur die Raupe, die schnarcht. Ach so. Sie träumt jetzt. Und wovon glaubst du, träumt sie? Kann man doch nicht erraten. Nun, von dir! Und was glaubst du, wo du sein wirst, wenn diese Raupe aufhört von dir zu träumen? Na genau hier, wo ich jetzt bin natürlich. Du doch nicht. Du wirst nirgends sein. Denn du bist bloß ein Bestandteil ihres Traumes. Wenn sie aufwachen sollte, wirst du ausgehen. Ruff, wie eine Kerze. Nein. Nein, 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 nein. Das täte ich nicht. Und außerdem, wenn ich nur ein Bestandteil ihres Traumes bin, dann würde ich ja gerne mal wissen, was ihr seid. Du glaubst nicht, das sei eine echte Träne. Du bist doch nicht mit einem Kampf einverstanden. Na schön. Nicht spätestens. Halt fünf. Dann lass uns bis sechs Kämpfende den Abendmutter essen. Nun gut. Und sie guckt uns dabei zu. Waaaaaah! 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 Wer bist du denn? Ich... Ich... Fürchte... Ich kann's nicht so genau, mein Herr... Also, ich weiß, wer ich war, als ich vorhin aufgestanden bin, aber... Seitdem musst du mich mehrmals verwandelt haben. Was meinst du denn damit? Erklär das. Naja, ich... 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 Na gut. Also... Wenn Sie... Wenn Sie eines Tages zu einer Rauch werden... Na... Nein... Also zu einer Puppe. Eine Rauche sind Sie ja schon. Wenn Sie eines Tages zu einer Puppe werden und dann zu einem Schmatterling, dann werden Sie sich doch auch ziemlich selten fühlen, nicht wahr? Waaaaaah! Kein bisschen! Na ja, gut. Ihre Gefühle mögen vielleicht anders sein, aber ich meinte teilweise, dass ich mich schräglich selten fühle. Ach, du! Ja, 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 wer bist denn schon? Ohne... 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 Wer ist ein Grinsenkater? Weshalb... Sau! Hey! Ja, aber... Aber ich wusste gar nicht, dass... Dass... Das Grinsenkater mehr grinsen. Und tatsächlich wusste ich nicht einmal, dass Kater überhaupt grinsen können. Alle können es. Alle können es. Und die meisten tun es. Also, ich kenn keinen, der das tut. Aber du kennst nicht viel und das ist eine Tatsache. Wenn sich jeder um seine eigenen Angelegenheiten kümmertet, würde sich die Welt ein guter Teil schneller drehen. Aber das wäre doch gar kein Vorteil. Bedenken Sie doch einmal, was für Probleme wir damit hart genacht hätten. Schließlich, wie Sie ja wissen, braucht die Erde 24 Stunden, um sich um ihre eigene Achse zu drehen. Und... Nein... War es doch 12? Also... 24... Lass mich damit in Ruhe! Zahlen konnte ich doch nie ausstehen! Hier! Ganzgehend! Ich muss mich fertig machen, um mit der Herz Königin Küchlein zu essen. Aufbrinsenkater! Kannst du mir vielleicht sagen, welchen Weg ich da steigen soll? Das! Hängt zum großen Teil davon ab, welche Richtung du einschlägst, beziehungsweise wo du überhaupt hinkommen willst. Na ja, was für Leute wohnt denn in dieser Gegend? Ja nun, in diese Richtung. In dieser 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 Richtung. Wo ist heim Schatz? In dieser Richtung. Wieso bin ich, du bist verrückt? Sind Sie beide? Ha! Aber ich will nicht unter verrückte Leute gerade... Oh! Da wirst du hier ja gar nicht drum herum kommen. Wir sind hier alle verrückt. Du bist verrückt. Ich bin verrückt. Du bist verrückt. Du bist ferret! Riep'r! 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 Aber es ist doch genug Platz. Na dann, nimm dir etwas wahr. Aber es gibt doch keinen Wein. Es gibt doch keinen Wein.